Großer Rummel in der Fürstenfelder Innenstadt. Der Grund dafür ist der lange Einkaufsdonnerstag. An insgesamt fünf Donnerstagen können die Besucher dabei entspannt bis 21 Uhr einkaufen und bis Mitternacht bei Musik und hervorragender Kulinarik flanieren und gustieren. Neben der Kulinarik mit verschiedenen Betrieben, mit dem Handel, die natürlich offen haben bis 9 Uhr oder bis 21 Uhr, gibt es heute das Bundesheer, der Käferklub ist da, wir haben drei Bühnen, die wir bespielen und die Feuerwehr ist auch mal da, der Fliegerklub ist da, also es ist wirklich sehr vielfältig. Die Innenstadt präsentiert sich an jedem langen Einkaufsdonnerstag festlich geschmückt. Für die Stadt ist diese Veranstaltungsreihe ein wichtiger Anziehungspunkt in den Sommermonaten. Für Fürstenfeld ist das immer ein Höhepunkt im Jahreskreislauf. Fünf lange Donnerstage, das ist durchaus was Besonderes und ja, sehr viele Gäste freuen sich immer wiederum auf dieses Event und ich bin dankbar, dass wir das in Fürstenfeld in dieser Qualität auch stattfinden können lassen. Das steirische Thermen- und Vulkanland unterstützt die Organisatoren dieser Veranstaltung und lockt Gäste und Touristen nach Fürstenfeld. Ja, wir haben natürlich eine großartige Unterstützung von Seiten des Thermen- und Vulkanlandes, bei all unseren Veranstaltungen hier in Fürstenfeld und besonders eben auch hier bei den langen Donnerstagen, die sehr wirklich auch wertvoll in die Region hinausgetragen werden und wir auch sehr viele Gäste haben, einerseits aus der umliegenden Region, aber auch natürlich sehr viele Urlaubsgäste, die hier bei uns in der Region Urlaub machen, die das sehr gerne nutzen. An jedem Abend gibt es verschiedene Attraktionen. Wir haben wie immer fünf Abende bei uns hier, das heißt, wir haben noch drei wunderbare lange Donnerstage für uns und Highlights ganz besonders sind, wir werden eine riesige Modenschau noch hier in der Straße haben und das Kulinarikprogramm ist ja hier jede Woche dasselbe und die Geschäfte haben natürlich hervorragende Aktionen für euch bereit. Da hat sich jeder was Tolles einfallen lassen. Die langen Einkaufs-Donnerstage in Fürstenfeld laden ein zum Flanieren, Gustieren und Shoppen in stimmungsvollem Ambiente. Die langen Einkaufs-Donnerstage in Fürstenfeld bis 10. August in der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland.